Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Let's play Battlefield 3. Fuck shit on the world. Runde startet. Fuck shit on the world. Ja, jetzt lass mal Staffelnflug machen. Ich bin direkt hinter dir. Ja, geil. Du, ich kann nicht fliegen. Aber sonst gerne. Jetzt seid ihr erst dann schon wieder in der Runde drin, während ich noch im Ladebildschirm festhänge. Halt deine Maul. Halt deine Mulla. Halt deine Maul. Ich versuch mal synchron hinter dir zu fliegen. Ja, das schaffst du aber nicht. Das ist ja eigentlich immer gleich ausfallend und beleidigend, während das verletzt mich. Ja, müssen wir. Genau das wollten wir erreichen. Mein Lieber, genau das wollten wir erreichen. Alter, was hab ich denn für einen schlechten Pilot, man. Oh Gott, das ist ein Turm. Ja, wie soll ich denn die Sachen am Boden überhaupt treffen? Ah, ihr brauchen mich nicht abholen. Bin tot. Falsche müssen nicht aufgegangen. Ja, bist schlecht. Du fliegst irgendwie ziemlich seltsam. Die ganze Zeit in Schlecken. Ich kann auch nicht fliegen. Oh Gott, oh Gott, nein. Oh, ich bin drin, ihr seid tot. Oh, fort in den Face. Und noch ein. Was steht dieser Turm auch im Weg rum? Du, bist gegen den Turm geflogen? Ja. Ha, gay, alter. Doppelkeks, geh aus dem Panzier raus. Wer jemand mit in den Heli, ich hab den Kampfhelikopter. Cool, ich hab das Jack. Was ist das überhaupt? Panzier? Joint me, aye, aye, Doppelkeks. Das ist das, wo du drinnen sitzt. Flugabwehr. Könnt mich einer abholen? Ja, warte, ich sitze hier im Heli. Oh Gott, oh Gott, nein, nein, nein. Fuck, fuck, fuck. Ich kann nicht fliegen. Moment. 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 Oh Gott, bring dich um und von bei mir. Sorry, ich bin, ich will ihn nicht schrotten, während ich lande. Oh fuck. Aber ich hole ihn ja schon. Snack ihn mir gerade. Oh fuck. Ja, muss raus, leider. Fliegt. Eich, der Frosch ist nicht kaputt. Oh Gott. Ach, das was du gerade explodiert ist? Ja, aber ich bin gerade vorher raus. Mann, heute ist du da so richtig geile Flugfolge. Einmal nur voll scheiße fliegen. Läuft. Der Typ hat Lust frei, aber dann sicher nicht langsliegen. Warte, 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 warte. Ja, ich will mit Buggy fahren. Zöbra, kommst du? Ich fliege gerade Jet und hab einen fetten Airfight, also halt die Fresse, ob ich mit dir Panzer fahren will. Buggy, nicht Panzer. Wir sollten mal Einsatzpunkt erobern, übrigens. Nee, wie kommst du denn da drauf? Die Hupe wird euch alle umbringen. Ich fahre ganz, ganz friedlich und nichts wollend und dann kommt diese Viper und drückt mich um, Alter. Lol, ich bin auf dem Berg gelandet, weil ich zu langsam geflogen bin. So, Doppelkecks. Ich lebe noch. Nicht mehr lange. Penner bist ausgestiegen, Verräter. Ist denn das Arschgesicht, wie du jetzt schon hochgeladen? Nein, natürlich nicht. Ja, Mann. Ausrufezeichenkill. Ja, wird sicherlich funktionieren. Slash God Mode. Warum wird mein Video schon seit 10 Minuten verarbeitet? Äh, weil das immer so ist. Nein, das... Äh, Doppelkecks. Kannst du herkommen, kannst du herkommen, kannst du herkommen. Äh, weil hier sind gerade... Willst du, wo bist du? Ich hole dich mit einem Camping-Schrauber. Nee, ich bin gerade hier im... Oh Gott, hier sind zu viele. Ist hier ein Tank? Du bist gerade im O-Gott? Ja, ich bin gerade im O-Gott. Alter! Wichser. Alter, mit seiner scheiß Viper. Boah, warum bringe ich da mich umhacken? User, join your channel. Nice hack. Nein, das war kein Hack. Doch, das war ein Hack. Du bist einfach nur schlecht. Du bist einfach nur schlecht. Du bist einfach nur schlecht, Zebra. Ries an. Hast du jetzt mal versucht, ein paar Punkte anzunehmen? Nee, finde ich überbewertet. Tanz, Schlampe, tanz. Äh, tanz, tanz, tanz. Oh ja, er fährt zu früh. Wißt du, du hast ihn wählst, wenn du in ein Auto einsteigen willst und das vor deinen Augen explodiert? Du, kleiner Wichser, du... Fick dich. Komm mal, jemand mit in den Kampfheli. In was? Kampfheli. Ja, bin ich dabei. Hol mich mal ab. Nein, ich will mit. Nicht Söbra. Nimm auf keinen Fall Söbra mit. Okay, wer ihn kriegt, ich lande darf. Komm her. Ich bin ganz gut als Garner. Söbra, Junge. Siehst du, das... Okay, aber hol mich. Läuft bei euch. Ich kann immer nicht landen. Werden wir mit mir Boot fahren? Ich fand ich das jetzt nicht lustig. Ich, Nils, bin schon mit dem Auto über dich rübergefallen. Bleib doch stehen, du Pender. Ich fahre mich auf. Junge, bleib doch stehen. Los, komm, Söbra. Ja, ich komm mit. Ja, los. Ja, wir sind voll. Ganze Squad im Boot. Jetzt fahre ich ja... Jetzt am besten voll gegen die Wandbretter, damit wir alle sterben. Da sind ganz viele Gegner. Ja, dann töte sie. Ja, mach ich auch. Ich hab auch hier die ganze Zeit, ne? Ja, sehr gut. Und ich, äh, mach. Also bei Battlefield 4 sind die Boote richtig. Ja, hier sind sie irgendwie voll Wayne, ne? Ey, lass mal alle you, you, n, t, x. Ich mach slash bun, ne, bun, you, n, t, x. Und ihr müsst alle hier schreiben. Mit Ausrufezeichen davor. Ja. Warte, warte, warte. Erst admin. Jetzt werden wir... Wir werden gleich alle gekickt, ne? Okay, auf ein neues mit dem Helikopter. Ey, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Das Spiel hat gestartet. Ohne Witz. Was? What the fuck, denk ich mir gerade. What the fuck? Silber, bist du gerade... Ich bin... Läuft. Er hat gesch... Der meinte mal, dass er mich entbannen soll. Läuft. Läuft bei uns. Warte. Entbannen, oder? Ich hol mal ne Brüder. Ich hol mal ne Brüder. Ich schreib das. Ich will, wenn du dich entbannen, Junge. Ich hol mal ne Brüder an. Ich will mit den 20 Q6 halt und dann denk ich auf die Fresse. Und ich will mein Brüder RK halt doch. Lebt da ich noch einer von euch? Äh, nein. Momentan nicht. Ich versuche gerade rein zu joinen, also... Buggy. Nee, wir fand... Panzer fahren, oder Buggy? Hat den beschrieben, dass er mich entbannen soll? Ja, der macht doch die Perna, als. Super Bonig, join die mal rein. So, äh, soll ich koaxiales LMG, oder normal? Junge, sag ihm doch, er soll mir hier bannen jetzt. Ich sag's ihm gleich, Alter. Nein, jetzt. Oh, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Oh Gott. Hast du, äh, ich hab vergessen, Dings zu nehmen. Reparier, reparier. Da ist ein Panzer. Wo? Ich bin zu... Ich bin blind. Das war kein Panzer, das war ein Helikopter. Äh, ein Jet, meine ich. So, meine Leute, ich bin drinnen bei euch und meine Maus... Bist du bei uns im Squad? Krass. Ja, Söbra. So, meine Leute, und wenn ihr jetzt nicht schreibt, dass... Lass mal Staffeln klug machen. Ja, ähm... Fader, geh mal in den Jet vor mir, bitte. Äh, ich kann nichts machen, das Spiel ist tot. Pushpad. Oh, X-Fader ist tot. Nee, Spiel ist tot. Nein, du bist tot. Du musst Windows-Button drücken, Spielprozess, äh, auf Desktop gehen, wieder ins Spiel gehen, dann geht's wieder. Du musst einfach schreiben, Slash funktioniere Spiel und dann... Nee, meine Tastatur und Dingens funktionieren im Game nicht. Das finde ich gerade, das ist richtig gut. Ja, Windows-Tast oder Tastmanager ausprobieren. Geil. Ja, das mach ich ja gerade, aber ich bin aus dem Game und... Nils, du Penner. War... Oh mein Gott, wird umgebracht. Ne. Okay, auf ein Fall ist mit dem Kampfhelikopter. Warte, 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 ich fahr mit, ich fahr... Ich will mitmachen, ich will mitfliegen. Warte, auf der 4 kriegt man doch immer noch die Superskills, oder? Ja, aber... Alt F, 4 Games. Alt F, 4 Games. Nils, du Penner, sag ihm doch jetzt. Nein, dann werd ich auch gekickt. Wambusfrosch, kannst du dich abholen? Nee, ich bin schon drin. Ich mach euch jetzt alle fertig. Oh Gott. Flares. Jetzt mal ohne Flachs, was hier los. Ja, von... Alter. Ich steig mal aus, ne? Oh mein Gott. Ich bin grad rechtzeitig ausgestiegen. War noch 3%. Alter, könnt ihr den Penner jetzt mal sagen, er soll mich entbannen? Nein. Der fährt dich auch nicht entbannen. Doch wird er. Ich bin drin und ich hab sogar ne Maus. Juhu. Wow. Dann denk ich mir, what the fuck, what the fuck, was? Was ist denn... Ey, komm, ich ender einfach IP und komm so drauf, mir egal. Jetzt würdest du aber auch Account-Band, da kommst du auch nicht mit einer anderen IP. Oh Gott, ich werde sterben. Dann kannst du jetzt hier in den Jet joinen. Boah, ganz ehrlich, ne, da kommt er von hinten da an. Wenn du dich da verflogen machen könntest, dann direkt in den Hinten so'n Jet. Okay, Moment. So, ne, ich muss noch ne Sekunde warten. So, bin drin. Äh, Doppelkex, ich join jetzt mal bei dir. Ich bin hier der Medic. Halt deine Fresse. Alter, ich schlag dir die Zähne raus. Halt deine Fresse. Das würde ich gerne sehen. Silber, Silber, du kannst niemanden die Zähne. Oh Gott. Fick dich. Open Pixel. Wichser. Sturzflug auf D. Sturzflug. Wende Manöver bei A. Nein, Sturzflug. A, den Heli, schnapp ihn dir. Ich dank hierhin von der anderen Seite. A, Roger Depp, Roger Depp. Adler 9 und Omega 9. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Du bist gut bei B. Lüge. Bei Dich hat Jet gesichtet. Roger Depp. Jet. Oh mein Gott, ihr redet ja, als würdet ihr wirklich spielen. Nein, wir spielen jetzt. Roger Depp. Halt hinter dir, hinter dir. Wende Manöver A. A, B, C, D, E, F, G, H, J, keine MN, O, P. Du kannst das ja auch schon. Ich kann das Alphabet. Schleudersitz-Akkurin. Töte ihn. Pikachu, du bist dran. Pikachu. Los, Rocco. Los, Pikachu. Digitiere zum Jet. Ach, komm. Sei, bleib am Leben, Solcher. Ich bin bei dir, Doppelkeks. Egal, was du tust. Ich bin bei dir. Los, Pikachu. Digitiere zum Schwarzen Magier. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich komme jetzt rein. Töte ihn, töte ihn. Töte ihn, töte ihn. All diese Scheiß, wie passt. Was, die nerven euch auch? Peter, ich warte wieder auf dich, ne? Gut. Nein, Superbohne. Egal, was hat er mit dem Stoff im Flug, der kann aber nicht fliegen. Ja, ich weiß, wenn ich den verdammten Penner sagen, dass er mich entbannen soll. Nein. Super. Okay, ich schreibe mir jetzt. Verdammter Penner. Boah, der ist der Kamerkatt. Du bist auch ein fliegender Waschbär, Alter. Das macht sogar Sinn, ohne Spaß. So wie ich fliege, könnte man wirklich, weil ich wäre ein fliegender Waschbär. Alles klar, bin unterwegs, nur kurz den Heli vorhin runterholen. Was? Ich habe runterholen gesagt. Willst du erstmal vorhin runterholen? Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, den Heli vorhin will er einen runterholen. Nur weil du dir stundenlang einen runterholst, dann ist es nicht... Ja, hast du was dagegen, Alter? Meine Anaconda, die muss ja auch immer getrault werden. Ja. Nur weil ihr keine habt. Hier kommt ein wenig. Äh, what the... Oh mein Gott! Fuck you, UNTX. Ich bin in Frankreich. Oh, scheiße. Ihr wisst nicht, was mir gerade passiert ist. Genau dasselbe, was mir letzte Woche passiert ist. Ich bin mit meinem Auto ins Wasser gefahren. So in real life und so. Verdammt. Scheiße, Mann, ich bin hier noch voll im... Wer hat das Boot eigentlich... Ach, nee, das war ich. Verdammt. Nee, das war ich gar nicht. Wer hat das Boot eigentlich so an Land gesetzt? Alles klar, ich springe über D ab. Ober und Ende. Ich möchte... Ober und Ende. Ey, ist das Söbra? Nee, das ist gar nicht Söbra. Es sah aus wie Söbra. Okay, komm. Komm, komm. Tschüss, wer ist jetzt weg? Keine Ahnung. Söbra, oder? Scheiße, Gegner im Gebiet. Ich brauche Hilfe, sofort. Vordere Luftunterstützung an. Auch als Medic. In Battlefield 3. Bitte gut, bitte gut, bitte gut, bitte gut. 20. Bataillon auf 12 Uhr. Bam, ich bin tot. Ich bin tot. 011, Alter. Läuft bei mir. Ja, ist der Doppelkeks eigentlich noch da? Äh, äh. Ja, dann Söbra ausgeteilt. Aber ich hab erobert. Ich hab erobert. Wiederhole, ich hab erobert. Alles klar. Oh mein Gott, ich join dir nach. Ich join dir nach. Ich join dir nach. Ne, Doppelkeks. Ich hab mich getötet, aber er hat nicht getötet. Aber deine Mutter ist, äh, Dings, hier. Kann sich ja mal jemand erdreist, um den zweiten Jet zu nehmen? Die Fehler, der grad tot ist. Äh, warte, ich belebe... Nein, ich hab... Ich konnte dich nicht wieder beleben. Nein. So, bin dann. Na gut, stopp. Wie, kam jegliche Hilfe zu spät? Ein Soldat ist tot. B, ja? So. Ihr ballert einfach alles drauf. Oh, Alter, wie lang. Ich hab jemanden umgebracht. Ist das nicht geil? Jetzt mal ohne Witz, aber ich muss ja auch hochkommen. Sonst komm ich gar nicht erst über den Startpunkt. Nein, mach einfach Kamikaze, Alter. Kamikaze geht immer durch. Kamikaze-Flug auf B. Drei. Alter. Bin raus. Nein, ihr müsst euch auch schon selbst umbringen. Das ist sonst langweilig. Ja, nee, dann ist das ja auch kein Kamikaze. Wir haben ja kein Kamikaze. Ja. Ich bin ja auch schon nicht umgestorben dabei. Ohne Witz, wie blöd du bist. Nee, also, wenn man sagt Kamikaze, ne, dann auch richtig. Ja, ist so. Und nicht so von wegen, äh, ich lass, bring mich nicht um, äh, ich bin mir zu schade. Mann. Könnt's niemals... So wirst du niemals ein richtiges Al-Qaida-Mitglied. Also mit LMG die ganze Zeit am Camp. So wirst du niemals ein Al-Qaida-Mitglied, wenn du, wenn du immer vorher aussteigst. Ich hab eins zu ziehen, weil ich da auch die ganze Zeit Kamikaze-Flug macht. Komm jetzt mal zu B und mach keinen Kamikaze. Nein, mach Kamikaze. Nein, wir müssen D.E. einnehmen, wir müssen D.E. einnehmen. Äh, hier ist irgendwer jemand. Leute, wir müssen den Typen finden. Oh Gott, dass einer, äh, ist tot. Jetzt kann mir, kann mir mal jemand helfen, D.E. zu heilen. Oh Gott, ich bin tot. Ich spawnet jetzt aber bei dir und hab keinen Bock mehr auf fliegen. Was? Oh ja, ich bin ein Camper, ich häng in der Ecke rum. Because fuck you. So, X-Failer, ich spawn jetzt auch mal bei dir. Töt ihn. Ah, hab ich gesehen. Alter, ich wurde von der Viper weggogen. Ich auch. Ich bin jetzt einmal kurz... Oh Gott, ich auch. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen, äh, akkro. Aber, äh, es geht auch nicht so weiter. Die Viper regt, ich, ich mach jetzt mal hier von wegen, äh, Igla. Doppelkex, bleibt mal kurz da stehen. Dankeschön. Hast du Leben dabei? Nee, ich hab ne Igla dabei. Ich hab auch ganzes E-Boot, äh. Brenne Fahrzeuge, kann man nur kaparieren oder sind die? Äh, wo, wo ist jetzt, wo ist jetzt der hässliche Heli? Kann ich mal, ja, bitte jemand spotten. Ist das wirklich so schwer? Jetzt spawn ich hier. Ja, ist es, ist es. Alter, bitte spott den doch einer. Ich muss den ja nur abschließen. Der Heli ist gestoßen. Ach da, da. Der ist nur weit weg. Ja, nee, ist klar. Ich kann einfach keine Eroberung spielen. Ich bin einfach Team-Deaf-Mitspieler. Team-Deaf-Mitspieler ist aber immer noch los. Das ist Battlefield. Was? Bam. So. Bam, bam. Und ein Insel, Insel Flanker, glaube ich. Du hast mir meinen Jet gestohlen. Oh, soll ich aussteigen? Ja, Problem damit. Komm, für dich mach ich das. Aussteigen. Nö, ich bin... Ihr könnt nur alle Jet fliegen und ich nicht. Nee, wir können es auch nicht. Wir tun nur so. Ach so, hast du wieder. Das reicht meistens. Das reicht. Eigentlich können wir nur... Ich tue auch so, weil es könnte ich sagen. Aber es funktioniert irgendwie nicht so gut. Weißt du? Ja, wissen wir. Ja, wissen wir. Diese Aufnahme ist sicherlich nicht niveaulos und nicht failed. Ich habe meine... 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 Deine Mutter? IP-Mail und ich komme auf den Server. Oh mein Gott. Oh, du wickst. Jetzt schreib mir mal. Du bist ein Arschloch. Schreib mir das einfach mal so. Bella, halt die Schnauze. Der kam auch geil. Halt die Schnauze. Du bin bei D, wenn mir jemand... Bin bei D, bin bei D. Bin bei F, bin bei A, B, C. Ich bin tot. Sichtkontakt, X-Fader. 5 Meter. Laber dich. Roger, Z. Zöbra jetzt. Hä, Zöbra, wo bist du? Zöbra, du bist gar nicht auf dem Server. Laber nicht. Okay, ich glaube, ich glaube, ich jetzt mal ein Jet, ne? Roger, Z. Follow me, follow me. Okay, Nachbrenner und... Und... Wir nehmen den alten Bergfahrt. Halbe Meile bis B. Gegner, ich sehe einen Sichtkontakt markiert. ABCDEFG. Da oben. M. Yippie. Kamikaze Flug. Wo seid ihr? Wo seid ihr? B? Bist du noch heile? Bist du noch heile? Ey, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wir nehmen den alten Bergfahrt. Halbe Meile bis B. B, okay, warte, warte. B. Oh Gott, nein, 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 fuck. Verkommt. Oh scheiße, ich hör Tank, ich hör Tank runter. Tank, 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 runter mit dir, runter mit dir. Ja, ich kann nicht tauchen. Auf den Boden, Tank. Oh Gott. Aber warum kann man in diesem Spiel nicht tauchen? Oh, aber, oh. Oh, kann man nur in Battlefield 4 tauchen? Das ist so behindert. Ich werde jetzt umgebracht. Das ist ne Viper und ein Jet und alles. Könnt ihr? Wir bilden der Skortel für Superboden. Auwe und Ende. Ja, ich betone. Halbe Meile voraus, okay. Ich storme euch. Oder? Nee, ich mach gleich, äh, ich mach gleich, äh, Jet-Kamikaze-Aktion. Al-Qaida-like. Achtung, links von uns ist irgendwo. Hinwerfen, hinwerfen, hinwerfen. Ja. Hab es gemessert, was links war. Das war ein Stinger-Schütze. Was? Alles klar, Auwe und Ende. Äh, welcher Freund? Er meinte, Dummy-Admin. Hahaha. Was weint ihr? Auwe und Ende, bin bei Büros. X-Fader, dich kontaktiert. Ähm, so, ähm, ich hab einen Buggy. Ihr könnt übrigens spawnen bei mir. Achtung auf mich wird geschossen. Mich auf. Ich stürme, ich schieße sie raus, du schießt aus sie, los. So, bin, bin unterwegs zu B übrigens, äh, würde ich nicht so failen. Auwe und Ende. Ich seh ihn. RPG-Feuer auf 6 Uhr. Hinter dir. Nils, ich bin auch auf dem Server gebannt. ACB 90 eingesetzt. So, ähm. Da ist jemand gestorben, ich helfe ihm auch. A oder B, wo seid ihr? A? Nee, sag dir mal bitte, er soll mich entbannen. Nein! Ich schreib ihm das nur gegen Ende. Wir haben ihn gleich verloren. Junge, sag dir mal. Ja, mach ich kurz. Ja, jetzt. Bist du immer noch nicht mehr drin? Nein. Auwe und Ende, bin gestorben. Ich auch. Ich spawne in wenigen Sekunden bei X-Fader. Harry hat's geschrieben, entbannen, du Arscheloch. Bei Superborne. Anusfloch hat sich wieder mein Jet weggeschnappt. Nee, Arscheloch. Äh, A, B oder C? 1, 2 oder 3. Letzte Schorgung ist vorbei. Oh, schade, ich wollte mich bestimmt entscheiden. Hast du es ihm jetzt geschrieben? Ja, aber er hat nicht geahnt. Ich glaube, er hat sich nicht angesprochen gefühlt. Lass mal bei Superbonus. Ich geh in Superbonen rein. Schreib mal bitte. Wie auch immer, heils. Please, entbannen, blablabla. Ey, das war bei mir. Entbann dich eh nicht. Doch. Halbe Meile auf 12 Uhr, D-Docs. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Prokeber. Die Jet hat uns umgebracht. Ich hole dich mit einer Helmung ab. Super, Wohne. Willst du auch nicht bannen? Nö. Aber entbann ich ihn. Du bist gestorben. Ich hab's gesehen. Ist er Deutsch? Ja. Hallo. Der ist echt dran. Nein. Ich schreib mal Entbann ihn mal. Mach du. Gib ihm. Echt mal. Digga, ich hole meine Cousins. Er hat ihn gestern entbannt. Ist er? Wir werden nicht alle gebannt, ich sag's dir. Alter, ich spremle mir jetzt zu. Ich war ganz lieb. Ich hab nichts gemacht. Hallo, mach auch mal was. Du bist viel zu pussy hier. Mach mal was. Schreib ihm mal. So. Kamikaze! Nee, doch nicht. Nicht getroffen. Jetzt weiter. Wir gehören alle gebannt. Wie gemein. Kamikaze. Kamikaze an Fahrt. Mit einem Buggy. Ich wollte ihn gerade... Mann, ich triff die Helis immer nicht. Ich will immer in die Helis reinfliegen und schaff es dann nicht. Ich warten. Schleif. Ich bin sehr ernst, ich schnapp mir jetzt ne Vipa... Ich kill diese ganzen Vipa-Homo-Boys. Das ist so lustig. Troller, Leute. Ich mag's, Leute, zu trollen. Ja. Ich auch. Nice. Ich hab leider kein Call of Duty. Doch, MW2. Wir müssten uns irgendwann mal, wenn ich... Ich möchte mal Call of Duty haben, so, nur um Kiddies zu trollen, einfach. Habt ihr... Hast du Call of Duty MW2? Über Family Sharing, ja, aber nicht installiert. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Tschüss und bis dann.